Freunde, ich bin Kalle, 24 Jahre alt, Bochumer Junge. Digger, der Kerl, ne, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, der ist gerade einfach in den Top 50 Charts Deutschland. Wir sind gerade auf Platz 19 in Deutschland. W's in den F***ing Chat. Hey, lass den Shit die ganze Zeit rauf und runter. Kriegt man irgendwie so einen Button, wenn das Top 1 in Deutschland ist oder so? Wisst ihr, was ich meine? So ein Single Charts Ding? Nein, das ist nicht possible. Ja, Platz 1, Single Charts bekommt man niemals. Hier, lasst einfach genau so laufen, Chat. Ich mach euch vor. Ich bin der Volatil. Lalalalalalalala.